Lokana Set 5. Himmelsleuchten steht in den Startlöchern und kommt in Kürze in den Handel. Wir schauen uns die zwei neuen Starter-Decks an. Und zwar haben wir einmal hier Smaragd-Stahl und Amethyst-Rubin. Was es an neuen Karten gibt, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Dranbleiben lohnt sich. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem First-Look Lokana Himmelsleuchten. Das ist jetzt schon Set 5. Vor einem Jahr ging es los mit Lokana Set 1. Inzwischen sind wir angekommen bei Set 5. Wir hatten in der vergangenen Woche diese zwei Presse-Samples von Lorkana in der Post. Und da schauen wir jetzt gemeinsam rein. Lustigerweise habe ich mich tatsächlich im Vorfeld noch gar nicht damit beschäftigt mit Set 5. Und was an Karten schon, wie soll ich sagen, gespoilert wurde bzw. revealed wurde. Wir schauen jetzt gemeinsam quasi First-Look-mäßig in diese zwei Starter-Decks rein. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, spielt ihr eigentlich Lokana? Interessiert euch das oder geht euch das sonst wo vorbei? Auf jeden Fall, ich freue mich und bin neugierig und wir wechseln jetzt dazu die Kameraperspektive. Ja, hier haben wir die zwei Starter-Decks. Und ich würde sagen, wir fangen hier mal an mit Amethyst und Rubin. Ich habe hier oben aufgemacht, aber selber noch gar nicht reingeschaut, was hier überhaupt mit drin ist. Natürlich haben wir immer hier die Schnellstart-Regeln. Wir haben hier diese Spielübersicht mit dabei. Das ist quasi so das, naja, wie soll ich sagen, das wichtigste Setup technisch. Schön, dass jetzt die Regeln tatsächlich hier in gebundener Version kommen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Set 4 schon der Fall war. Die Starter-Decks von Set 4 hatte ich mir überhaupt nicht angeschaut. Also ihr seht es hier vielleicht auch beim Durchblättern jetzt. Natürlich wurden auch die Regeln von Set zu Set ein bisschen umfangreicher, ein bisschen komplexer. Und ja, hier auch nochmal der Überblick über einen Spielzug. So, natürlich wie immer hier die etwas dünnen Markerchen. Ich mag die ja tatsächlich nicht. Die braucht ihr aber, also zumindest die Punkte-Marker braucht ihr nicht, wenn ihr die App nutzt. Und die Schadensmarker, die braucht ihr sowohl. Kann man aber auch 3D drucken oder einfach Würfel verwenden. So, das war's. Ist hier gar kein Booster mehr mit drin. Inklusive 2 Foil-Karten. Okay. Es ist tatsächlich kein Booster mehr mit drin. Das ist schon mal neu. Ich bin sichtlich schockiert. Wir haben hier Elsa. Der 5. Geist. Rasant und wendig. Das ist eine der 2 Hauptcharaktere. Hier natürlich schön spiegelnd durch die Beleuchtung. Dann haben wir hier Randale Ralf. Ebenfalls in der Foil-Variante. Erholsame Auszeit. Wenn der Charakter bereit macht, dann hast du eine Legende für jeden Schaden auf ihm. Okay. Wir haben natürlich passend zu Elsa noch eine Anna. Die hat Gestaltwandeln. Einen 9er Olaf. Der ist natürlich kostenintensiv und räumt den Weg frei. Ist wendig. Dann Venelope von Schwedz. Auch wieder rasant. Das befreite Schwert. Ein Gegenstand, mit dem wir einen Charakter mit einer höheren Angriffspunkte als die Angriffspunkte aller gegnerischen Charakter. Also wenn man einen im Spiel hat, verlieren alle gegnerischen Mitspielenden eine Legende. Okay. Bruni. Auch hier wendig. Zweimal mit im Spiel Archimedes. Der hat Gestaltwandeln, wendig und herausfordernd plus 3. Während dieser Charakter herausfordert er plus 3. Das heißt, dann ist er ein 4-4er. Und der Herzkönig huldigt dem König. Mit einem erschöpften Charakter. Er wird zu Beginn seines nächsten Zuges nicht bereit gemacht. Das ist jetzt ein Effekt. Den kennt man. Cool. Das hier, eine Aktion, die 3 Karten ziehen lässt, ist aber teuer. Tatsächlich. Dann haben wir die Bibliothek. Ein Geschenk für Bell. Ein Ort. Und jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere an diesem Ort verbannt wird, darfst du eine Karte ziehen. Und hält einiges aus und kann recht verhältnismäßig recht früh ins Spiel gebracht werden. Dann haben wir hier mit der rücksichtslosen Rivalin eine 2-2 für 2. Turbo. Der königliche Heck. 2-3 mit Rasant. Und ein King Candy. Charakter mit Gestaltwandfähigkeit auf diesen Charakter ausspielen. Okay. Vielleicht kommt das ja hier jetzt dann gleich noch dazu. Nein, es kommt eine Minimaus strahlende Tänzerin. Glimmer gegen Glimmer. Wähle und verbanne einen deiner Charaktere, um einen Charakter deiner Wahl zu verbannen. Dann haben wir den Knock. Gezeitenwechsel. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du 2 Schadensmarker von einem Charakter deiner Wahl zu einem gegnerischen Charakter verschieben. Nochmal ein Archimedes. Auch wendig. Also man kann hier tatsächlich inzwischen mit verschiedenen Archimedes spielen. Einen Erdriesen. Alle gegnerischen Mitspielenden ziehen allerdings eine Karte. Dafür ist er ziemlich stark für nicht so hohe Tintenkosten. Wir haben hier Gale. Kommt wieder zurück auf die Hand. Wir haben wieder eine Anna. Wenn dieser Charakter ausspielst, wählen alle gegnerischen Mitspielenden einen ihrer bereiten Charakter und erschöpfen ihn. Das ist dreimal mit drin. Dann haben wir hier Malefiz. 2-2 für 2. Recht unspektakulär. Retrosphäre. Für 2 Tinten verbanne diesen Gegenstand. Schicke einen Charaktergegenstand oder Ort deiner Wahl. Der 3 der weniger kostet auf die Hand zurück. Hypnotische Kräfte. Ziehe eine Karte. Ein Charakter deiner Wahl erhält Herausforderung. Plus 2. Und hier weitere Rennfahrer. In diesem Fall aufgeladen mit Jogi. Daisy Duck. Auch wendig. Mickey Mouse. Das ist tanzende Mickey zur tanzenden Minnie. Solange du mindestens einen Minnie Mouse Charakter im Spiel hast, erhält diese Herausforderung. Plus 2. Also plus 2 im Angriff. Generell nicht herausforderung. Sorry. Dann haben wir hier nochmal einen Rennfahrer. Die sind natürlich darauf ausgelegt, dass sie aufeinander abzielen. Also hier, wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens einen Ort im Spiel hast. Ne, sind nicht aufeinander angewiesen. Hat aber den Eindruck hinterlassen. Ja, ich lache dir ins Gesicht. Wenn du diesen Charakter ausspielst, gib einem Charakter deiner Wahl plus 2 in diesem Zug. Eine schöne 1er Simba-Karte. So. Das war Deck Nummer 1. Schade finde ich tatsächlich, dass man beschlossen hat, das zusätzliche Booster rauszunehmen. Ich verstehe nicht, in welchem Austausch man das Ganze dann quasi gemacht hat. Hier haben wir jetzt genau das Gleiche. Ich muss lustigerweise sagen, ich fand es immer ganz amüsant, das Booster aufzumachen. Und habe da immer gehofft, irgendwie direkt schon was total Cooles mit dabei zu haben. Und hier haben wir jetzt natürlich Kronk als entsprechend namensgebenden Charakter mit Gestaltwandeln. Und jedes Mal, wenn du einen Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannst, darfst du einen Charakter, der 5 oder weniger kostenlos ausspielen. Das Ganze gepaart mit Scar, der behütet ist. Und jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere einen beschädigten Charakter herausfordert, darfst du eine Karte ziehen. Das ist natürlich auch heftig. Das in Kombination mit einem schönen Flächenschaden macht bestimmt viel Spaß. Ein Robin Hood, der 4 Legenden sammelt. Holla die Waldfee, aber für jeden Schurken auf dem, ähm, auf Gegner, ne, für jeden Schurken auf gegnerischen Charakteren sagt man ein weniger, um diesen auszuspielen. Das heißt, das ist ein wunderbarer Gegenschurken-Deck. Shensi, eine Light-Hyäne. Warum bleibt ihr nicht zum Essen? Für jede weitere Hyäne ist natürlich gegenseitig begünstigend sich. Dann haben wir hier Isma, ich warne dich. Jedes Mal, wenn einer deiner Charaktere im Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du einem Charakter einen Schaden zufügen. Tau ziehen. Zwei Optionen. Shensi, Scar's Komplizin. Dann haben wir eine quasi zweite Hyäne. Dann kommt hier Little John in 3 Vorausführungen. Add, natürlich die nächste fiese Hyäne. Beschädigte Charaktere können diesen Charakter nicht herausfordern. Das ist natürlich eine witzige Kombination aus Hyänen und Robin Hood mit im Spiel. Hier noch ein Gestaltwandeln Robin Hood mit schlauem Plan, der bloß eine Legende sammelt für jeden beschädigten Charakter aller gegnerischen Mitspielenden im Spiel. Das ist natürlich cool. Die Kombination hier aus Hyänen und Robin Hood. Dann haben wir den tropischen Regenwald. Beschädigte gegnerische Charaktere erhalten impulsiv. Müssen also herausfordern. Arthur, 2-2-2. Das sind mir diese Klassiker. Dann für Stahl mit Stilsong quasi mit Zwergen könnte man jetzt hier Schlafmütz mit reinnehmen. Simba, Sohn von Mufasa, Gestaltwandeln und wenn du dieser Charakter ausspielst, darfst du deinen Gegenstand oder Ort deiner Wahl verbannen. Der ist zweimal mit dabei drin. Dann kommt Kata-Kalo, Abpfiff. Wenn du diesen Charakter ausspielst, können gegnerische Mitspielende bis zu Beginn des nächsten Zuges keine Aktionen ausspielen. Essensschlacht, Sasu in Wendig, die nächste Hyäne, nochmal ein Ed. Ein weiterer Robin Hood, der einen Trickschuss vollführt, wenn du diesen Charakter ausspielst und mindestens eine gegnerische Person einen beschädigten Charakter am Spiel hast, sammelst du eine Legende. Auch cool. Und Banzai, die nächste Hyäne, Mietz, Mietz, Mietz. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen beschädigten Charakter deiner Wahl erschöpfen. Ulf, Pantomime. Dieser Charakter kann nicht getappt werden, um Lieder zu singen. Er ist vermutlich sonst einfach zu mächtig. Er ist auch ein stummer Darsteller. Wut, der Könige der Nacht. Ziehe eine Karte, ein Charakter deiner Wahl erhält in seinen nächsten Zug impulsiv. Hypnotischer Zusammenhang. Ziehe drei Karten, wähle danach zwei Karten und lege sie in beliebiger Reihenfolge auf dein Deck. Simba. Jedes Mal mit dieser Charakter in deinem Zug durch eine Herausforderung einen anderen Charakter verbannt, darfst du eine Karte ziehen. Auch dreimal mit drin. Rudy zweimal die Königsgarde ebenfalls dreimal hier. Und Kronk herausfordert plus eins. Das passt natürlich, dass man den Gestalt wandeln kann, dass da ein bisschen Grundlage da ist. Und Heihei darf gefühlt in keinem Set fehlen. Beschützen hat er hier. Und beschützen wir Heihei für vier, fünf, zwei Fünfer Tittenkosten. Und wann fängt mein Leben an? Ein Lied. Wähle einen Charakter, er kann seinen nächsten Zug nicht herausfordern. Und ziehe dann eine Karte. Ja, das war's zu den zwei Decks. Wie sich die Decks dann spielen, das wird sich beim Testen und beim Testspielen zeigen. Und bestimmt werde ich in irgendeinem Video davon berichten. Mir persönlich gefällt ja das Starterdeck Stahlsmaragd mit Ska und den Hyänen sowie Robin Hood ziemlich gut. Das werde ich auf jeden Fall, denke ich, morgen direkt mal gegen Dennis spielen. Wobei das hier hat auch seinen Charme. Also beide Decks durchaus mit entsprechendem Charme und gewissen Ideen. Während Rubin, Saphir, wendig aus, äh Amethyst, wendig aus, sehr wendig ausgelegt ist, ist das hier mehr auf Kombo ausgelegt. Zumindest so beim ersten drüber schauen. Was ist denn ein Charakter, der euch jetzt besonders gut gefallen hat? Lasst es mich doch gerne wissen. Seid ihr schon gespannt auf Set 5? Lasst auch dann gerne da einen entsprechenden Kommentar da. Und falls wir mal irgendwie ein Let's Play spielen sollen, dann lasst uns auch das gerne wissen. Und ich gehe jetzt vielleicht mal mit einem der Decks noch Ursula herausfordern. Wäre zumindest eine Option. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei weiteren Videos und beim Kommentieren. Videos habe ich euch da unten ein bisschen was verlinkt. Vermutlich was zu Lorcaner und was Aktuelles. Und ich freue mich von euch zu lesen. Sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.